Du hörst Gesund oder Krank, den Podcast für alle, die gesund oder krank sind. Erfahre mehr über deine Möglichkeiten, ein gesundes und freies Leben zu führen. Mit dem Hören schenkst du dir und deiner Gesundheit einige Zeit Aufmerksamkeit und dafür sage ich von Herzen Dankeschön. Denn das Ziel dieses Podcasts ist es, möglichst viele Menschen für die Themen Gesundheit, Umgang mit Krankheit und Gesundheitsverantwortung zu begeistern. Und jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge Gesund oder Krank. In der ersten Folge vor zwei Wochen habe ich mit Anche Behrend über gesunde Ernährung gesprochen und wie diese gelingt, ob das auch mit wenig Geld funktioniert und wie man Krankheiten mit gesunder Ernährung vorbeugen kann. Hör da doch einfach gerne nochmal rein, wenn du das Interview verpasst hast. Und auch heute habe ich wieder viele Fragen und zwar zu einem Thema, das mir nicht so vertraut ist wie die gesunde Ernährung. Ich bin deshalb sehr froh, dass wieder eine absolute Expertin an meiner Seite ist. Meine heutige Gästin beweist, dass die sozialen Medien sinnvoll genutzt werden können, um Menschen für Gesundheitsthemen zu begeistern. Sie teilt regelmäßig wichtige Infos und Tipps zum Thema Beckenboden und wir kennen uns schon eine Weile. Ich bin tief beeindruckt von ihrer Gabe, wissenschaftliche Fakten für alle verständlich zu erklären und sie außerdem in Motivation zum Training umzuwandeln. Sie verbindet auf wunderbare Weise private Einblicke in ihr Leben als Mama mit ihrem Herzensthema dem Beckenboden und ich begrüße ganz herzlich Carmen Hesselmann. Hallo liebe Katharina. Vielen Dank. Liebe Carmen, ich möchte natürlich den ZuhörerInnen noch ein bisschen mehr über dich verraten. Du bist Sportwissenschaftlerin, du bist Mama von bald drei Kindern, Kinderentspannungstrainerin, Mentalcoach und natürlich Beckenbodentrainerin. Du sagst, dass ein trainierter Beckenboden wichtig für das komplette Wohlbefinden ist. Außerdem beeinflusst er die Körperhaltung positiv, steigert das Selbstbewusstsein und hat auch positive Auswirkungen auf das sexuelle Erleben. Dein Ziel ist es, Mamas über das Thema Beckenboden aufzuklären und sie zu motivieren, den Beckenboden präventiv zu trainieren, um Beschwerden gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist natürlich ein wunderbarer Ansatz, über den wir auf jeden Fall noch mehr erfahren wollen. Und ich bin übrigens sicher, dass deine Zielgruppe weit über Mamas hinausgeht. Und bevor ich meine erste Beckenbodenfrage stelle, sag uns noch, was habe ich vergessen? Was müssen die Zuschauer und ZuhörerInnen unbedingt über dich wissen? Ja, erstmal vielen lieben Dank für diese wunderbare Vorstellung. Ja, also das rührt mich ein bisschen. Und du hast eigentlich gar nichts Wesentliches vergessen. Das Einzige, was ich vielleicht noch mitgeben würde, ist, dass ich selber zu dem Thema Beckenboden auch erst im Rahmen meiner Schwangerschaften gekommen bin und der Rückbildung. Und im Nachhinein finde ich das sehr schade, denn ich würde da einfach viel, viel früher ansetzen, dass jede Frau, jeder Mann, egal, einfach jeder Mensch von dem Thema Beckenboden erfährt und es auch schon in den Alltag integriert. Am besten, man lernt schon in der Schule davon und nicht erst, wenn eine Schwangerschaft auftaucht oder irgendwelche Probleme auftauchen. Genau, also das möchte ich auch ganz gerne weitergeben. Und bei mir hat das eben auch ein bisschen gedauert. Ich habe mich zuerst mit dem Sport so grundsätzlich beschäftigt, war dann aber auch in der BWL-Schiene aktiv, weil ich Sport mit Ökonomie und Management studiert habe. und letztendlich bin ich dann vor einiger Zeit zu meinem Herzensthema gekommen und das packt mich so richtig und das möchte ich auch weitergeben. Genau, also das würde ich da noch ergänzen. Aber ansonsten vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung. Das merkt man bei dir auch total, wenn man dir zum Beispiel auf Instagram folgt oder einen Blick auf deine Homepage wirft. Dort schreibst du auch ganz viel über dieses Herzensthema und dieses Anliegen, einfach dieses Bewusstsein für das Thema Beckenboden in die Welt zu tragen. Ich verrate, glaube ich, nicht so viel, wenn ich sage, ich habe das Wort Beckenboden das erste Mal mit 19 Jahren gehört oder wahrgenommen. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, dass es vorher für mich präsent war. Und ich kann mir vorstellen, dass ich damit nicht alleine bin und dass viele vielleicht gar nicht wissen, was der Beckenboden überhaupt ist. Deswegen wäre meine erste Frage für Beginner sozusagen, was genau ist denn der Beckenboden? Und vielleicht auch gleich die Frage, haben denn Frauen und Männer einen Beckenboden? Genau, zur letzten Frage, ja, Frauen und Männer haben einen Beckenboden. Du kannst dir den Beckenboden als Muskelplatte vorstellen, die den Bauchraum nach unten abgrenzt. Also liegt im kleinen Becken, schließt den Bauchraum nach unten ab. Manchmal hilft das so ein bisschen, wenn man sich ein Trampolin vorstellt oder vielleicht eine Hängematte, die so im Becken liegt und die durch die Punkte Schambein, Steißbein hinten und die Sitzbeinhöcker verbunden sind. Also innerhalb dieses Bereichs liegt der Beckenboden. Und es gibt aber Körperöffnungen, die durch den Beckenboden hindurchgehen. Und da ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Bei der Frau hat der Beckenboden drei Körperöffnungen. Für die Harnröhre, Vagina, den Enddarm. Und beim Mann fällt natürlich die Vagina weg. Da sind es nur zwei Körperöffnungen. Und deshalb gibt es eben einfach den anatomischen Unterschied und auch Unterschiede im Alltag. Der Beckenboden des Mannes ist zum Beispiel auch deutlich dicker. Also den kann man sich deutlich mehr als eine Handbreit vorstellen. Bei der Frau ist der Beckenboden etwas dünner. Und deshalb haben statistisch gesehen auch mehr Frauen Probleme mit dem Beckenboden. Und deshalb ist das auch so ein Thema. Auch durch die Geburt, durch die Schwangerschaft sind da eben noch mal ganz andere Herausforderungen für den Beckenboden als beim Mann. Deshalb geht das Thema beim Mann oft ein bisschen unter, ist aber genauso relevant auf jeden Fall. Da schließt sich direkt meine nächste Frage eigentlich an. Welche Funktion hat denn der Beckenboden jeweils? Also wir haben jetzt gerade schon gehört, er schließt im Grunde den Bauchraum nach unten ab. Das heißt, er hat ja auch irgendwas mit den Organen wahrscheinlich zu tun. Und gibt es dann noch Unterschiede, Frau und Mann? Denn man verbindet häufig ja das Bewusstsein für Beckenboden mit Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft und im Grunde im Alter dann häufig mit Kontinenz und Inkontinenz. Welche Funktionen hat der Beckenboden bei der Frau und beim Mann? Ja, genau. Da hast du schon was ganz Wichtiges angesprochen. Die Hauptfunktion des Beckenbodens ist das Stützen und das Tragen von den Bauchorganen. Bei der Frau ist das im Wesentlichen die Blase, Gebärmutter der Darm. Bei den Männern fällt dann die Gebärmutter weg. Aber das ist eine wesentliche Funktion. Und vor allem in der Schwangerschaft kommt das eben noch mehr zum Tragen, weil die Gebärmutter ja deutlich an Gewicht zunimmt. Und dann muss der Beckenboden einfach auch noch mehr arbeiten. Das ist so die Hauptfunktion. Was oft so das Eingängigste ist, ist die Funktion des Schließens, dass eben die Körperöffnungen verschlossen werden, dass man Kontinent ist. Das kennen die meisten oder verbinden die meisten mit dem Beckenboden und merken dann eben auch, wenn etwas nicht mit dem Beckenboden in Ordnung ist, dann kann es zur Inkontinenz kommen. Also Schließfunktion ist eine wichtige Funktion, aber auch das Hinauslassen. Der Beckenboden muss sich genauso gut entspannen können, beim Wasserlassen, beim Stuhlgang und hat auch noch die Funktion bei der sexuellen Stimulation, das Hineinlassen und Umschließen. Und was auch gar nicht so bekannt ist, ist, dass der Beckenboden die untere Wirbelsäule stützt. Also er hat eine wesentliche Funktion, auch bei der Körperhaltung, da er eng vernetzt ist mit der Bauch- und Rückenmuskulatur und der Beinmuskulatur. Also ohne den Beckenboden hätten wir gar keine aufrechte Körperhaltung. Das würde gar nicht funktionieren. Und deshalb ist es da auch ganz wichtig und wird auch oft so als Zentrum im Körper gesehen. Allein durch seine Lage in der Mitte des Körpers ist er so die Verbindung von oben nach unten. und spielt dann auch spirituell so ein bisschen in die Richtung Energiezentrum, Körperkern. Genau. Also hat ganz viele verschiedene... Ich habe einen ganz interessanten Satz dazu gefunden, den möchte ich kurz vorlesen. Und dann kannst du den nochmal erklären. Das trifft im Grunde das, was du gerade schon gesagt hast. Aber ich finde den ganz faszinierend. Du schreibst, durch eine stärkere Mitte kann sich der ganze Körper leichter in einer Einheit bewegen, da der Beckenboden die Verbindung der funktionellen Muskelketten darstellt. Ist das das, was du gerade gemeint hast mit den Rücken-Bein-Muskulatur? Sind das diese funktionellen Muskelketten, in deren Mitte der Beckenboden liegt? Ganz genau. Also die Muskeln sind eben über diese Ketten miteinander verbunden, vom Oberkörper zu den Beinen. Und man sieht das ganz schön zum Beispiel bei Akrobaten, bei Tänzern, Tänzerinnen, dass die sich mit einer Leichtigkeit so aus ihrer Mitte heraus bewegen. Und man denkt sich, da sind ja gar nicht große Muskelpakete. Wie können die diese Kräfte aufbringen? Letztendlich hat das ganz viel eben mit Körperkoordination zu tun, mit der intramuskulären Koordination, also wie der einzelne Muskel arbeitet, aber auch der intermuskulären Koordination, wie die Muskeln gegenseitig miteinander arbeiten. Und da spielt der Beckenboden eben eine wesentliche Vernetzungsfunktion, eine Vernetzungsrolle, dass diese Übertragung auch gut stattfindet und dass man den Schwerpunkt gut halten kann, sich aufrichten kann. Ganz genau, ja. Das leitet tatsächlich schon wieder über. Das läuft ja hier wunderbar. Ich habe jetzt als erstes so ein bisschen gefragt, was ist der Beckenboden überhaupt? Wofür brauchen wir den überhaupt? Jeder hat einen, haben wir jetzt gelernt. Und meine nächste Frage wäre, warum soll ich den denn trainieren? Du hast jetzt gerade schon die Tänzer angesprochen, die das einfach für ihre Arbeit ja brauchen. Aber wenn ich jetzt gar kein Tänzer bin und eigentlich im Büro sitze, warum soll ich denn jetzt meinen Beckenboden trainieren? Ja, das Schöne am Beckenboden ist, dass er einfach so funktioniert im Alltag und auch im Alltag trainiert wird. Wenn wir gehen, wenn wir das Gleichgewicht halten, weil wir irgendwo balancieren müssen oder über einen unebenen Weg gehen, trainieren wir den Beckenboden automatisch. Also er muss die ganze Zeit arbeiten, so wie jeder andere Muskel auch. Jetzt ist es ja so, dass wir andere Muskeln zum Teil auch trainieren, im Fitnessstudio, zu Hause, wo auch immer bei verschiedensten Kursen. Zum Beispiel Schultermuskulatur, Nackenmuskulatur, Rückenmuskulatur, damit wir eben keine Rückenschmerzen bekommen oder Nackenschmerzen bekommen. So ähnlich ist das auch beim Beckenboden. Es ist nämlich so, wir sitzen ja viel zu viel in der heutigen Zeit, bewegen uns viel weniger, deshalb werden die Muskeln eben weniger trainiert, als sie früher trainiert wurden, als wir noch mehr auf Achse waren. Und das müssen wir dann nachholen. Da müssen wir auf jeden Fall was tun, damit es nicht zu Problemen kommt. Denn beim Beckenboden ist es oft so, erst wenn wir merken, er funktioniert nicht mehr so, wie er eigentlich sollte, dann merken wir, wir haben überhaupt einen Beckenboden und müssen da was tun. Dabei ist es eben viel besser, schon vorher präventiv anzusetzen. Das ist eben auch mein Ansatz. Tu etwas, bevor du überhaupt merkst, dass du einen Beckenboden hast, bevor du überhaupt Probleme bekommst. Denn dann kannst du bis ins hohe Alter leben, ohne Probleme zu bekommen. Weil oft herrscht auch dieser Irrglaube, dass alle Frauen irgendwann im Alter mal mit Inkontinenz zu kämpfen haben. Oder dass man nach einer Geburt einfach einen geschwächten Beckenboden hat und da nichts tun könne. Das wurde auch damals zum Teil von Ärzten, Ärztinnen so verbreitet. Naja, sie haben ja Kinder geboren, da ist das kein Wunder, dass sie Probleme haben, dass sie nicht mehr Trampolin springen können. Und davon wurde dann ausgegangen, dass man automatisch Probleme bekommen muss. Aber dem ist eben nicht so. Man kann da vorgreifen. Man kann ihn gut trainieren, damit man gewappnet ist. Und im Alter treten eben auch verschiedenste Themen ein. Also gerade wir Frauen in den Wechseljahren, da ist es ja so, dass die hormonelle Lage sich verändert und dass das Bindegewebe weicher wird. Und darunter hat dann auch oft der Beckenboden zu leiden, weil er aus Muskeln, Faszien und Bindegewebe besteht. Und wenn das Bindegewebe weicher wird, wird eben auch der Beckenboden weicher. Und dann kann es sein, dass er auch geschwächt wird durch Alltagsbelastungen und dass man dann eben merkt, er arbeitet nicht mehr so gut. Und dem kann man eben vorgreifen, wenn man ihn gut trainiert, wenn er gut vernetzt ist, mit den anderen Muskelgruppen zusammenarbeitet, bekommt man diese Probleme erst gar nicht. Da habe ich kürzlich auch etwas zu gelesen, wahrscheinlich bei dir gehe ich von aus, dass oftmals auch Rückenschmerzen herrühren von einem untrainierten Beckenboden. Das hat mich überrascht, weil ich natürlich in dem Thema noch gar nicht so drin bin wie du. Für dich ist das ganz plausibel natürlich, indem quasi die Rückenmuskulatur versucht, auszugleichen, was der untrainierte Beckenboden versäumt. Also ist es auch quasi für Rückenschmerzpatienten oder untrainierte Rücken eine gute Idee, den Beckenboden mitzutrainieren? Absolut. Also ich finde, man sollte generell immer ganzheitlich an das Thema rangehen und gerade wenn man jetzt schon länger unter zum Beispiel unspezifischen Rückenschmerzen leidet, schon viel gemacht hat, Rückenübungen gemacht hat und einfach nicht draufkommt, was die Ursache sein kann und auch kein Arzt oder Physiotherapeut weiterhelfen kann, dann kann es durchaus sein, dass man den Beckenboden trainieren sollte, da eben diese Vernetzung stattfindet. Und wenn der Beckenboden geschwächt ist, wie du sagst, übernehmen andere Muskelgruppen die Aufgabe, weil das Hirn feststellt, okay, ich kann den Beckenboden nicht nutzen, deshalb brauche ich andere Mechanismen, deshalb muss der Rücken ein bisschen mehr arbeiten, um das auszugleichen und dann bekommen wir zum Beispiel Rückenschmerzen oder auch Nackenschmerzen und dadurch entstehende Kopfschmerzen. Das kann auch ein Anzeichen dafür sein, dass man ein Beckenbodenthema hat, dass man den Beckenboden besser trainieren sollte. Kann sein, muss natürlich nicht. Es gibt ja da tausend verschiedene Ursachen, die dazu führen können, dass man im Nacken verspannt ist. Oft ist es ja ein Körperhaltungsthema und der Beckenboden spielt einfach auch sehr auf die Körperhaltung ein. Also das hängt letztendlich alles zusammen, deshalb würde ich immer auch den Beckenboden betrachten, wenn ich irgendwelche muskulären Probleme habe. Und das Offensichtlichste beim Beckenboden ist ja immer, wenn ich merke, ich habe vielleicht Schmerzen oder ein Fremdkörpergefühl oder tröpfchenweise Urinverlust bei Situationen oder bei Druck, höheren Drucksituationen im Bauchraum, beim Husten, beim Niesen, beim Hüpfen. Das kennen einige Frauen, aber was die meisten eben nicht kennen, so Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, dass das auch mit dem Beckenboden zusammenhängen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sollte man immer so im Hinterkopf haben, finde ich. Wenn sowas passiert, zum Beispiel wenn so einzelne Urinmengen abgehen, beim Husten, beim Niesen, dann hat man natürlich schon ein Thema damit. Und dein Ansinn ist es aber, die Menschen auch zu begeistern, schon wenn es ihnen noch gut geht und wenn sie noch gar nicht merken, dass es einen Beckenboden gibt, präventiv zu trainieren. Wir haben jetzt gerade gehört, warum wir das machen sollten. Einfach um eine gesunde Körperhaltung zu haben, um eine gesunde Mitte zu haben, uns besser bewegen zu können und auch im hohen Alter keine Probleme zu bekommen. Ich erinnere mich gerade an eine Info von dir, die liegt bestimmt schon ein Jahr zurück. Da muss ich ganz oft dran denken, wenn ich unterwegs bin, da hast du mal erklärt, dass man seinen Kiefer entspannen soll und das perfekt ist, um den Beckenboden auch zu entspannen. Das fällt mir jetzt gerade so dazu ein. Da muss ich ganz oft an dich denken. Das ist vielleicht auch noch mal ein Hinweis, wie sehr wirklich alles bei uns vernetzt ist und wie wenig wir vielleicht darauf kommen. Kannst du dich daran erinnern, dass du das berichtet hast und wie hängt das jetzt zusammen? Ja, genau. Das ist auch super interessant. Das gibt einige Reflexpunkte im Körper für den Beckenboden. Das heißt, wenn wir diese Körperregionen anspannen, spannt sich automatisch auch der Beckenboden an. Zum Beispiel beim Kiefer. Das gibt es auch bei anderen Muskelgruppen im Körper. Vielleicht kennst du das, wenn du unter Anspannung stehst, wenn plötzlich eine stressige Situation ist, dann ziehst du wahrscheinlich die Schultern so ein bisschen hoch. Also man geht dann in Kampfstellung, das Adrenalin steigt und die Muskeln bereiten sich vor auf Kämpfen, Flüchten, wie auch immer. Und diese Reaktion, das wirkt sich auf mehrere Muskelgruppen auf. Und beim Beckenboden ist das einfach so, dass ein Reflexpunkt die Kieferregion ist. Wir beißen ja auch oft die Zähne zusammen in stressigen Situationen. Das kommt ja auch nicht irgendwo her, das Sprichwort so, beiß mal die Zähne zusammen, da kommst du schon durch, das schaffst du schon. Wenn wir da die Zähne zusammenbeißen, spannt sich auch der Beckenboden an, um sich eben vorzubereiten auf diese Situation, auf, ja, ich muss jetzt überleben, ich muss jetzt wegrennen, das kommt noch aus Urzeiten. Und da können wir ganz gut gegengreifen, wenn wir eben in diesen Situationen drauf achten, weil wir heutzutage eigentlich nicht mehr flüchten müssen und auch nicht mehr kämpfen müssen, dass wir uns da ein bisschen entspannen, den Mundraum weiten, den Kiefer locker lassen. Also gerade auch, wenn wir vorm Bildschirm sitzen, in der Arbeit und dann vor einer kniffligen Aufgabe hängen, ich merke das dann auch manchmal, dass sich da alles so ein bisschen verspannt. Wenn du da drauf achtest, den Mundraum zu öffnen, Kiefer wieder locker zu lassen, dann entspannt sich auch der Beckenboden. Denn es kann nämlich sein, wenn du öfter angespannt bist, dass sich der Beckenboden dann auch dauerhaft ein bisschen anspannt und zu verspannt ist. Und ein zu angespannter Beckenboden ist auch wieder ein geschwächter Beckenboden. Denn wenn ein Muskel zu angespannt ist, kann er auch nicht mehr aus seinem vollen Bewegungsumfang schöpfen und dann kann er auch nicht mehr die Arbeit leisten, die er eigentlich leisten möchte. Also kannst du dir das auch so vorstellen, wenn du jetzt immer den Arm angespannt hast, irgendwann kannst du gar nicht mehr noch mehr Kraft aufwenden, weil du schon so viel Kraft aufwendest und dann wird er eher schwächer, der Arm, als wenn du den vollen Bewegungsumfang hast und daraus schöpfen kannst. Also das ist auch ganz wichtig, die Beckenbodenentspannung und nicht nur die Anspannung. Wie würde ich merken, dass der Beckenboden dauerhaft zu angespannt ist? Bemerke ich das oder bemerke ich das gar nicht? Das sind so die gleichen Anzeichen für eine Beckenbodenschwäche, als wenn der Muskel wirklich zu schwach, zu schlaff ist. Also letztendlich wäre das eben auch so, dass du zum Beispiel bei erhöhtem Druck im Bauchraum, beim Husten, Niesen, dass du dann eventuell schon ein Tröpfchenweise Urinverlust hast oder auch wieder Rückenschmerzen, irgendwelche anderen undefinierbaren Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, dass du dich einfach nicht so ganz wohl fühlst. Vielleicht hast du auch schon ein leichtes Fremdkörpergefühl, einfach ein Ziehen in der Gegend oder es kann auch sein, dass du Schmerzen hast beim Geschlechtsverkehr. Also das ist auch noch mal ein ganz eindeutiges Zeichen, denn wenn alles verspannt ist am Beckenboden, ist eben die Vagina natürlich auch enger und dann ist es beim Geschlechtsverkehr auch schwieriger und schmerzhafter. Es gibt da auch eine Krankheit Vaginismus, das ist auch ein dauerhaft zu angespannter Beckenboden, das kann dann körperliche und seelische Ursachen haben, also das ist noch mal ein ganz komplexes Thema, wie man da herangeht. Ja, aber das könnte man daran zum Beispiel festmachen. Wahrscheinlich oder anscheinend eher so das einzige, die einzige Methode zu unterscheiden, ob der Beckenboden zu untrainiert oder zu angespannt ist. Das leitet weiter zu meiner Frage, Beckenboden, wie trainiere ich den denn jetzt richtig? Ja, viele denken bei Beckenbodentraining daran, im Sitzen den Beckenboden anzuspannen und möglichst viel Kraft aufzuwenden und einfach isoliert zu trainieren. Den Tipp bekommt man auch oft mit. Versuche so in jeder Alltagssituation, an jeder Ampel deinen Beckenboden anzuspannen. Das ist einerseits ganz gut für die Wahrnehmung, wenn man den Beckenboden isoliert anspannen kann, also die drei Schichten, die er hat, wenn man da wirklich das schafft, isoliert die zu aktivieren. Aber das ist auch nur ein ganz kleiner Teil von dem großen Ganzen, denn letztendlich muss der Beckenboden ja in dem großen Geflecht, im großen Körpergeflecht arbeiten, eben in diesen funktionellen Muskelketten. Und das kann er nur, wenn ich das eben auch so trainiere, also in komplexen Bewegungsabläufen. Das heißt, ich sehe ein Beckenbodentraining immer ganzheitlich und das besteht dann aus einem Warm-up, also erst mal die Durchblutung fördern, damit man auch die Wahrnehmung besser schulen kann, dann eben Wahrnehmungsübungen für den Beckenboden, damit man lernt, ihn isoliert zu aktivieren, denn das ist so das Schwierigste für die meisten am Anfang, dass man überhaupt weiß, was spanne ich denn, wie an, wie komme ich denn da überhaupt hin. Dann aber auch Mobilisation. Der Beckenboden funktioniert nur, wenn die Gelenke frei beweglich sind, wenn da alles gut funktioniert. Und dann die Kräftigung, das ist eben ein wesentlicher Part, aber auch die Entspannung und Dehnung am Ende. Also auch nur Muskeln, die den vollen Bewegungsumfang haben, wie ich vorhin schon sagte, die können dann auch richtig gut arbeiten. Dazu müssen sie auch gedehnt werden und die Beckenbodenentspannung ist dann eben auch wichtig. Wenn ich immer nur kräftige und gar nicht entspanne, kann es eben sein, dass der Beckenboden irgendwann auch zu angespannt ist. Würde man so ein Training quasi ohne Hilfsmittel durchführen oder gibt es Hilfsmittel, die sinnvoll sind, bei diesem Training einzusetzen? Generell kannst du deinen Beckenboden komplett ohne Hilfsmittel trainieren. Also alle Übungen, die ich jetzt genannt habe, zur Wahrnehmung, Warm-up-Kräftigung, Dehnung, Entspannung, das kannst du alles mit deinem eigenen Körpergewicht machen, denn da gibt es ja auch verschiedene Positionen in Rückenlage, Seitenlage, im Stehen, wo du einiges machen kannst. Es gibt natürlich auch Hilfsmittel, die du nutzen kannst, zum Beispiel mit Gymnastikball kannst du nochmal den Druck erhöhen, wenn du den zum Beispiel zwischen die Hände nimmst und dann mit den Händen Druck ausübst, wird deine tiefe Bauchmuskulatur auch nochmal anders aktiviert und das aktiviert dann zum Teil auch noch automatisch den Beckenboden. Also das kann man auch gut nutzen, da gibt es sehr viele schöne Übungen. Was viele wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, sind Vaginalkonen, das sind Geräte, die man zum Teil über das Smartphone steuert, da werden Vaginalkonen eingeführt in die Vagina und da kann man dann feststellen, anhand eines Bildes, eines Spiels auf dem Smartphone, wie stark man den Beckenboden jetzt gerade anspannt. Das habe ich noch nie gehört, das klingt ja wahnsinnig faszinierend und sehr modern. Erzähl dazu doch nochmal ganz kurz mehr für alle technikaffinen Zuhörer, wahrscheinlich jetzt in dem Moment nur Innen, Zuhörerinnen. Ja, genau. Genau, also letztendlich funktioniert das so, man führt sich so Vaginalkonen ein und kann dann über die Beckenbodenanspannung irgendeinen Punkt zum Beispiel steuern und sieht das auf dem Smartphone, wie deutlich man jetzt gerade anspannt oder entspannt. Das ist ja verrückt. Genau, es gibt ganz unterschiedliche Geräte. Ich finde da immer wichtig, dass da auch die Entspannung berücksichtigt wird, also dass nicht nur geguckt wird, wie fest man jetzt anspannen kann, sondern dass auch festgestellt werden kann, steuere ich den Beckenboden richtig an oder kneife ich jetzt nur den Hintern zusammen, das ist nämlich dann nicht der Beckenboden, sondern die Gesäßmuskulatur, also da sollte das Gerät unterscheiden können, das gibt aber auch ein paar Geräte, die das sehr gut können. Ich finde die Geräte generell gut, um die Wahrnehmung zu schulen. Das hilft dir wirklich dabei, um festzustellen, kann ich denn wirklich diese Schicht ansprechen oder spanne ich meine Gesäßmuskulatur an, meine Oberschenkelinnenseite, die Adduktoren, das sind alles Hilfsmuskeln, spanne ich nur die an oder schaffe ich es wirklich den Beckenboden anzuspannen? Da kannst du das schon mal sehr gut sehen. Als alleiniges Training finde ich es nicht ausreichend, denn da fehlt mir eben der Alltagsbezug, dass man die anderen, die Muskelketten auch noch mit anspricht, also Bauchrücken, Beinmuskulatur, dass man einfach ganzheitlich trainiert fehlt da, aber als Ergänzung zum Beckenbodentraining finde ich das gut, um selber erst mal festzustellen, komme ich überhaupt an meinen Beckenboden her. Als Einstieg vielleicht sogar, um erst mal zu gucken, wo genau ist denn mein Beckenboden, wie erreiche ich den denn überhaupt? Wie oft würde ich denn so ein Beckenbodentraining, jetzt abgesehen von diesen Hilfsmitteln, wirkliches Training durchführen? Das kommt drauf an, was man genau trainiert, das wäre definitiv zu viel, wenn ich jeden Tag die gleichen Kräftigungsübungen machen würde, dann würde ich den Beckenboden überlasten, denn er arbeitet im Alltag ja eh schon, er muss den ganzen Tag, wenn wir gehen, stehen, Sachen heben, muss er arbeiten und dann wäre es einfach zu viel. Das kann man sich vorstellen, wie bei jedem anderen Fitnesstraining, da würde man auch nicht jeden Tag die gleiche Muskelgruppe trainieren. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache an einem Tag eher eine Mobilisationsübung und eine Kräftigungsübung und am nächsten Tag dann nur Entspannung, kann ich natürlich auch jeden Tag was machen. Generell würde ich empfehlen, zwei bis dreimal die Woche Übungen zu machen, ein Workout, ja zweimal die Woche, so ein umfassendes Workout wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut, um im Training zu bleiben und da was Gutes für seinen Beckenboden zu tun. Und das kombiniert man ja in deiner Anleitung sozusagen auch mit anderen Muskelgruppen, das heißt, man trainiert nicht nur den Beckenboden, man hat gleichzeitig ja auch Rücken, Beine, Bauch mittrainiert, also ein sinnvolles Training. Zwei- bis dreimal die Woche klingt ja erstmal machbar und gibt es denn aber, ach so, vorher noch die Frage, gibt es ein Szenario, wo ich den Beckenboden nicht trainieren darf? Gibt es irgendetwas, wo man jetzt den ZuhörerInnen raten würde, da trainiert einfach nicht und schon gar nicht zwei-, dreimal die Woche? Ja, das ist immer dann der Fall, wenn man bestimmte Probleme hat, Schmerzen hat, da sollte man immer natürlich vorsichtig sein, das ärztlich auch abklären lassen. Was so ein typischer Zeitpunkt ist, ist nach der Geburt. Da würde ich jetzt nicht sofort wieder einsteigen und sagen, mach ein umfassendes Workout zwei- bis dreimal die Woche, da sollte man wirklich sanft wieder anfangen. Da gibt es aber auch schon direkt nach der Geburt Möglichkeiten, etwas für seinen Beckenboden zu tun durch Atemübungen, Wahrnehmungsübungen, die man ganz sanft macht und dann sollte man wirklich in der Rückbildungsgymnastik wieder langsam einsteigen und gezielt was für den Beckenboden machen ihn trainieren, aber da eben auch drauf achten, welche Übungen es sind, denn manche Übungen überlasten den Beckenboden dann einfach, weil er noch nicht wieder komplett regeneriert ist, dann muss ich ja erst erholen, auch wenn ich zum Beispiel eine Bauchwand-OP hatte und dieses Zusammenspiel von Bauch- und Beckenboden- Muskulatur gestört ist, muss ich natürlich erst mal gucken, was geht denn da wieder, was kann ich denn machen und man sollte da ganz langsam einsteigen. Am besten eben mit Begleitung und nicht komplett alleine, aber das sind so Themen, wo ich sagen würde, lieber vorsichtig und erst mal drauf achten, aber generell kann man immer was für den Beckenboden machen, weil es einfach so vielfältige Übungen gibt, so viele verschiedene Sachen, die man machen kann, dass es da immer irgendwas gibt, was man tun kann. Gibt es, also nochmal zusammenfassend, es gibt natürlich Extremsituationen wie Bauch-OPs oder Geburten, wo man dann zurückhaltend sein sollte, ansonsten habe ich das letztens auch in deiner Story gesehen, sollte eigentlich jeder gesunde gesunde Mensch den Beckenboden auch ruhig präventiv schon trainieren. Ist es richtig, wenn ich sage Männer und Frauen? Ja, ganz genau. Also für Männer ist das Thema auch relevant, auch wenn der Beckenboden ein bisschen kräftiger ist und auch durch die Form des Beckens ein bisschen besser geschützt ist. Das Becken des Mannes ist herzförmig und da ist einfach weniger Fläche, die der Beckenboden überbrücken muss. Deshalb können Männer meistens auch schwerer heben, ohne dass sie das im Beckenboden merken, im Vergleich zu Frauen. Das lasst die Männer schwere Sachen heben und tragen. Das ist durchaus anatomisch bedingt. Trotzdem ist es bei den Männern so, dass es ja auch im Alter zur Inkontinenz kommen kann oder auch zu Themen in der Prostata. das kann man auch vermeiden durch Beckenbodentraining und es gibt natürlich einen sehr schönen Nebeneffekt, den die Männer auch ganz gerne hören. Wenn du den Beckenboden trainierst, dann erhöht sich auch die Standfestigkeit beim Sex. Das habe ich auch gelesen. Das sollte doch Ansporn sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da hat dann der Partner, die Partnerin auch noch mal was davon. Genau. Aber man kann eben auch vorbeugen bei bestimmten Themen im Alter. Das ist für die Männer dann genauso relevant. Du hast gerade Alltagssituationen angesprochen, so Sachen wie etwas Schweres zu heben. Ich habe im Hinterkopf und du sagst mir jetzt, ob das so stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas Schweres hebe, dann gehe ich ja erstmal sowieso nicht vorne über, sondern in die Knie. Das sollte man im Idealfall tun. Und ist es dann sinnvoll, beim Heben den Beckenboden aktiv anzuspannen? Ja, auf jeden Fall. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, am besten man geht in die Knie und lässt die Wirbelsäule aufrecht. Also da sollte man keine Krümmung haben nach vorne, denn immer wenn die Wirbelsäule gekrümmt ist, kann der Beckenboden nicht mehr so gut arbeiten. Er arbeitet zusammen mit dem Zwerchfell. Da muss genug Platz dazwischen sein. Das ist auch bei der Atmung spielt es auch eine wichtige Rolle. Da können wir vielleicht am Nachgang nochmal drauf eingehen. Das solltest du immer mit einer geraden Wirbelsäule dann nach unten gehen. Und wenn du dann in der tiefen Position bist, in den Knien bist und den Gegenstand, bevor du den Gegenstand hebst, solltest du am besten deinen Beckenboden schon mal aktivieren. Dann ist er schon mal vorbereitet auf die anstehende Last. Und mit aktiviertem Beckenboden streckst du dich dann wieder aus den Knien aus dem Becken heraus nach oben und holst eben die Energie aus den Beinen und nicht aus dem Oberkörper. Das wäre ideal, wenn man das so machen würde. Genau, damit kann man den Beckenboden sehr gut unterstützen, dass er da so überrumpelt wird von der plötzlichen Tragelast. Das ist ja etwas, was wirklich alle, die jetzt uns gerade auch zuhören, einfach beim nächsten Mal ausprobieren können. Denn etwas Schweres zu heben, das trifft uns bestimmt im Alltag hin und wieder alle. Du hast die Atmung schon angesprochen. Meine Frage, vielleicht kann man es auch gar nicht kurz und knapp auf den Punkt bringen, aber ich frage trotzdem, welche Rolle spielt denn die Atmung beim Beckenbodentraining? Ja, die Atmung spielt eine sehr wichtige Rolle, beziehungsweise die Körperhaltung auch bei der Atmung. Also das kann man vielleicht selber einmal kontrollieren, wenn man tief ein- und ausatmet, wie atmet man denn? Atmet man hauptsächlich in den Brustraum, also weitet sich oben die Brust oder atmet man tief in den Bauchraum? Die meisten haben es verlernt, tief in den Bauch zu atmen. Also das tritt ja ganz oft im Alltag auch auf, wenn man gestresst ist, dass man dann so eine oberflächliche Atmung hat und gar nicht mehr wirklich tief in den Bauch atmet. Für den Beckenboden ist aber so eine tiefe Bauchatmung ganz wichtig. Also nicht nur in den Bauch, sondern 360-Grad-Atmung nenne ich das immer, dass du eben komplett in den Bauchraum, seitlichen Bauchrücken einatmest und sich da alles weitet und du einfach den Platz schaffst. Denn dann entspannt sich auch der Beckenboden. Der Beckenboden arbeitet mit dem Zwerchfell zusammen und bewegt sich immer in die gleiche Richtung. Also du kannst dir das vorstellen, beim Einatmen, da muss das Zwerchfell ja nach unten weichen, damit einfach mehr Platz ist in der Lunge für die einstürmende Luft. Und der Beckenboden, der weicht dann auch automatisch nach unten aus, denn die Bauchorgane müssen ja auch ein bisschen Platz machen für die Lunge. Also alles schiebt sich nach unten. Wenn du ausatmest, dann geht das Ganze wieder zurück. Das Zwerchfell zieht sich zusammen, geht nach oben. Der Beckenboden spannt sich automatisch ein bisschen an bei der Ausatmung und geht auch wieder nach oben. Und die Bauchorgane werden reflektorisch dann durch einen Sog, durch eine Sogwirkung nach oben gezogen. Und das heißt, durch die Atmung werden diese Bauchorgane immer ein Stückchen hoch und runter bewegt. Und das ist ganz wichtig zur Förderung der Durchblutung, zur Entschlackung. Also man sagt so ungefähr 300 Meter legen die Bauchorgane am Tag zurück im Bauchraum. Und diese Bewegung ist aber sehr, sehr wichtig. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du sitzt an deinem Schreibtisch, arbeitest und sitzt gekrümmt da, dann funktioniert diese Bewegung im Bauchraum einfach nicht. Du kannst schon mal gar nicht in den Bauch atmen. Du atmest wahrscheinlich flacher in die Brust. Und diese Bewegung findet nicht statt. Das heißt, der Beckenboden entspannt sich kaum und spannt sich kaum an dabei. Die Bauchorgane sind so ein bisschen gedrückt nach unten. Und ja, es tut sich einfach nichts. Dabei ist das so wichtig für den Körper, dass das eben immer in Bewegung ist und dass der Beckenboden dann automatisch durch die Atmung aktiviert wird und angespannt wird. Das war so die Kurzfassung. Ich hoffe, es ist verständlich. Ja, 300 Meter habe ich das richtig im Kopf, 300 Meter. Das kommt mir extrem viel vor. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und auch diese 360-Grad-Atmung, die können wirklich auch alle zu Hause direkt mal ausprobieren. In den tiefen Bauch und Rücken und in die Seiten zu atmen. Vielleicht hat der eine oder andere das sogar noch nie ausprobiert. Und jetzt haben wir auch gelernt, warum es sehr wichtig ist, wirklich dem Bauchraum auch mal Platz zu bieten, nicht nur zu sitzen, aufzustehen und die 360-Grad-Atmung zu probieren. Das ist ja extrem interessant. Was du gerade gesagt hast, ist, dass beim Einatmen logischerweise alles, dadurch, dass die Lunge sich weitet, ein bisschen nach unten drückt, Zwerchfellbeckenboden und beim Ausatmen das Ganze dann wieder zurückgeht. Dadurch ja auch diese Bewegung der Organe entsteht. Dann sollte es aber doch, wenn ich jetzt trainiere, logischerweise wahrscheinlich sinnvoll sein, wenn ich einatme, dem entgegenzuwirken, indem ich anspanne. Und andersrum. Andersrum. Genau, andersrum. Jetzt spitzen wir die Ohren. Ja, und das ist aber sehr gut, dass du das ansprichst, weil intuitiv machen das die meisten genau falsch herum, weil man denkt, beim Einatmen, also oft macht man diese Einatmung und spannt alles an, weil man so nach oben geht und die Luft in den Brustraum einzieht. Das machen wirklich viele falsch. Man kann sich das nochmal so überlegen, wie du eben gesagt hast, bei der Einatmung senken sich die Bauchorgane ab, alles geht so ein bisschen nach unten. Und wenn du dir den Beckenboden wie so eine Hängematte vorstellst, musst du das auch locker lassen. Das heißt, beim Einatmen entspannt sich der Beckenboden. Und genau das nutzen wir auch bei den Übungen. Also wir fördern dann diese normale Funktion, die stattfindet beim Atmen, dass wir den Beckenboden dann auch entspannen. Und beim Ausatmen hebt sich der Beckenboden leicht durch die Sogwirkung. Und das nutzen wir eben auch im Training, wenn wir ausatmen und der Beckenboden sich eh ein bisschen hebt, dass wir ihn dann gleich gezielt anspannen. Also man kann sich das immer so merken mit den gleichen Anfangsbuchstaben. Einatmen, entspannen, ausatmen, anspannen. Super Eselsbrücke. Ja, ganz toll. Und das mit dem Trampolin ist auch eine sehr bildliche Eselsbrücke, dass wenn man sich vorstellt, dass man dieses sanfte Abfang im Grunde irgendwie ermöglichen will, dass es dann eine Entspannung braucht. Ja, interessant. Einatmen und ausatmen. Die Anfangsbuchstaben zu nutzen, ist natürlich wirklich auch für jeden greifbar. Das nehmen wir auf jeden Fall mit und werden es ab jetzt alle einbauen in unsere Übungen und in unseren Alltag. Genau, man muss noch ein bisschen aufpassen, weil es bei manchen Sportarten so ein bisschen anders gelebt wird. Zum Teil ist dann im Yoga die Ansage manchmal anders herum, dass man bei manchen Übungen das anders nutzt. Da muss man so ein bisschen schauen für sich, wie man das umsetzt. Im Beckenbodentraining würde man immer sagen, beim Einatmen entspannen, beim Ausatmen anspannen. Eine Ausnahme gibt es noch und zwar bei Entspannungsübungen kurz vor der Geburt. Das ist ja gerade so bei mir in dem Stadium aktuell. Da würde man nämlich auch beim Ausatmen üben zu entspannen, weil ja der Beckenboden auch nachher bei der Geburt, bei der Ein- und Ausatmung sich entspannen muss. Also würden alle Zeichen auf Entspannung gesetzt werden und das eben beim Einatmen und Ausatmen. Das ist mir noch wichtig, dass man das so im Hinterkopf behält, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt oder je nach Umständen auch anders trainiert werden kann. Sehr wichtig, auf jeden Fall wertvoller Hinweis. Danke, ja. Noch ein Punkt, der mir auch eingefallen ist zur Atmung, warum wir die Bauchatmung auch mal zwischendurch machen sollten. Also generell ist die Atmung ja so ein wichtiges Tool, auch um Stress abzubauen, auch mal zwischendurch. Wir vergessen das ja oft wirklich mal tief durchzuatmen. Und durch die Atmung, durch dieses Tool, was wir selber in der Hand haben und immer mit dabei haben, können wir auch so schön den Parasympathikus stimulieren. Also das Zentrum im Gehirn, das für Entspannung zuständig ist. Und das bringt auch ganz viel, wenn man zwischendurch einfach nur drei Minuten tiefe Atemzüge nimmt. Dann hast du was Gutes für deinen Beckenboden getan, aber auch zum Stressabbau zwischendurch. Es bringt wirklich viel und dauert nicht lange. Das ist auch immer so ein Alltagstipp, den ich mitgebe. Ja. Wenn man mich fragt, was kann ich denn tun? Also das ist wirklich, wirklich effektiv und dauert gar nicht lange. Sehr gut. Und es gibt nicht umsonst ja den Spruch, atme mal tief durch. Das hat auf jeden Fall den Hintergrund, auch Stress abzubauen. Und das funktioniert ja wirklich auf biochemischer Ebene, dass dann wirklich auch die Stresshormone abgebaut werden und gleichzeitig der positive Effekt, den Beckenboden dann zu trainieren. Es gibt, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber es gibt noch so zwei, drei Mythen und Fehler, die ich ansprechen möchte, die bestimmt weit verbreitet sind und ich deswegen ganz kurz darauf zu sprechen kommen möchte. Und es gibt ja, so wie ich zum Beispiel, Menschen, die gerne, bevor sie verreisen oder ins Auto steigen, lieber nochmal auf Toilette gehen. Wie ist das mit diesem vorsorglich nochmal auf Toilette gehen? Ist das für den Beckenboden hopp oder top? Flop. Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen, auch mit zwei kleinen Kindern. Das kennen wahrscheinlich die meisten, dass man gerade das Haus verlassen hat und fünf Minuten später heißt es, ich muss aufs Klo. Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich etwas unangenehm, je nachdem, wo man gerade ist, ob man mit dem Auto losgefahren ist. Deshalb liegt das total nahe, zu sagen, komm, wir gehen nochmal alle auf Toilette, bevor wir losgehen. Es kann nur problematisch sein, wenn man eigentlich wirklich noch nicht muss. Also am besten wäre, man hört komplett auf seinen Körper, auf die Blase, denn das Gehirn und die Blase arbeiten zusammen und der Mechanismus wird durch das vegetative Nervensystem gesteuert. Also es läuft ganz viel unwillkürlich, unbewusst und wir bekommen ja dann auch Bescheid so, ah ja, meine Blase ist jetzt voll, ich müsste jetzt mal auf Toilette und davor meldet sich die Blase gar nicht. Und das hat auch seinen Zweck, denn die Blase hat ja ein bestimmtes Fassungsvermögen. Und bei den meisten Frauen ist es im Durchschnitt so, dass nach 400 bis 500 Milliliter Blasenfüllung langsam das Signal gegeben wird, du könntest jetzt die Blase entleeren. Wenn es jetzt schon vorher passiert und sagen wir mal, die Blase ist nur 100 Milliliter oder 200 Milliliter gefüllt und wir entleeren die Blase, dann kann es sein, dass in Zukunft wir einfach öfter das Bedürfnis haben, die Blase zu entleeren, auch schon bei geringen Mengen. Weil sich das Gehirn das auch merkt, dass die Blase früher entleert wurde und dann das immer wieder so eintreten kann. Das heißt, es kann dazu führen, dass wir immer öfter auf Toilette gehen müssen, ohne dass das Fassungsvermögen schon ausgeschöpft wäre. Also das Fassungsvermögen der Blase einer Frau liegt so bei einem Maximum von 1,5 Litern. Also es geht noch deutlich darüber hinaus, aber meistens merken wir so nach 500 Millilitern, so jetzt ist es langsam Zeit. Das ist ja auch gut, weil manchmal geht es ja einfach nicht, dass man schon direkt auf die Toilette gehen kann. Dann ist es ja gut, wenn man das noch überbrücken kann. Das lernt die Blase dann auch. Aber es wäre gut, da wirklich auf den Körper zu hören und ihm die Zeit zu lassen, bis sich die Blase meldet und sagt, Hallo, ich bin da, ich bin gefüllt, ich möchte entleert werden. Ja, also im Zweifel lieber losgehen und sagen, Mensch, ich war gerade erst auf Toilette, ich muss wirklich nicht. Dann suche ich eben unterwegs eine. Ja, wenn das möglich ist, dann umso besser. Manchmal auch Kopfsache. Wenn ich jetzt bei den Kindern weiß, die waren das letzte Mal vor zwei Stunden und das ist so, dass sie in zwei Minuten auf Toilette gehen müssen, dann kann man ja einfach mal fragen. Meistens je nach Alter merken die dann, ach ja stimmt, eigentlich muss ich ja aufs Klo. Weil die lassen sich ja oft sehr viel Zeit und rennen dann quasi und sagen, jetzt muss ich aber sofort. Klar, da kann man mal nachfragen. Aber ich würde dann die Kinder auch nicht unbedingt dazu drängen, sondern würde so ein gesundes Toilettenverhalten entstehen lassen, ohne eben ein anderes Toilettenverhalten anzutrainieren, was womöglich dann schlechte Auswirkungen haben kann. Wie sinnvoll ist denn diese Übung, die ja auch weit verbreitet ist, den Urinstrahl aktiv zu unterbrechen? Also ich kenne die Antwort, glaube ich, aber ich möchte das fragen, weil das ja doch immer noch oft propagandiert wird. Ja, leider. Also ich höre das immer noch und es wird mir auch von so vielen Frauen berichtet, dass sie diesen Tipp schon mal gehört haben, den Urinstrahl anzuhalten als Beckenbodentraining. Das wurde früher mal so gesagt, ist aber schon lange, lange, lange her. Und mittlerweile weiß man eben, dass es auch verheerende Folgen haben kann. Also es ist so, wenn ich den Urinstrahl anhalte, da gibt es Studien darüber, dass dann ein Resthahnvolumen in der Blase zurückbleibt, also dass die Blase nicht vollständig entleert wird. Auch wenn man danach den Urinstrahl wieder laufen lässt, die Blase wird einfach nicht komplett entleert. Und das kann dann ein erhöhtes Infektionsrisiko bedeuten, was ja per se schon mal schlecht ist. Und es kann eben auch sein, dass diese Verbindung, die ich schon erwähnt hatte, vom Gehirn zur Blase, dass das dann auch langfristig gestört wird. Wenn ich jetzt immer wieder so trainieren würde und das ständig machen würde, dann kann es wirklich sein, dass das dann eben nicht mehr richtig funktioniert, diese Übermittlung der Informationen von der Blase zum Gehirn. Und dass ich mir dann ein verkehrtes Verhalten antrainiert habe. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man daran auch nochmal denkt, dass man sich damit eher Schaden zufügt auf Dauer, als sich etwas Gutes tut. Ein Mythos, den ich bei dir auch noch habe gesehen, den du aufgeklärt hast, oder vielmehr einen Fehler. Es gibt natürlich viele Menschen, die in bestimmten Situationen dann mal den Bauch einziehen, um dann in dem Moment etwas schlanker zu wirken. Was natürlich nochmal ein ganz anderes Thema ist, ob das sinnvoll ist, schlanker wirken zu wollen oder nicht. Lassen wir das beiseite gestellt, es passiert. Wie sinnvoll ist es, alleinig den Bauch einzuziehen? Ja, also du kannst dir das so auch bildlich vorstellen. Beim Bauch einziehen müssen ja die Organe, die sonst ein bisschen Platz haben, irgendwo hin. Und meistens werden sie dann einfach nach unten gedrückt und belasten den Beckenboden zusätzlich. Also dann steigt einfach der Druck im Bauchraum und dann steigt auch der Druck auf den Beckenboden nach unten, was ihn zusätzlich belasten kann. Deshalb ist es auch immer ein bisschen schwierig. Also ich finde das schwierig, gerade bei manchen Sportkursen, wenn du die Anweisungen hast, ziehe deinen Bauchnabel nach innen. Eigentlich ist gemeint, spanne dein Muskelkorsett an, Bauch, Rücken und Beckenboden. Aber oft wird es so umgesetzt, weil man eben denkt, oh, ich muss den Bauch einziehen. Dann zieht man den Bauch ein, die Schultern wandern nach oben, man verkrampft hier so ein bisschen. Man denkt, man müsste da möglichst klein werden in der Taille und drückt den Beckenboden nach unten. Das ist genau falsch herum. Also man sollte sich immer denken, ja, diese Anweisung Bauchnabel nach innen ziehen, heißt eigentlich nur, ich sollte Spannung aufbauen und meinen Beckenboden aber versuchen anzuspannen und nach oben zu ziehen. Das muss genau in die andere Richtung gehen. Genau, also deshalb generell Bauch einziehen ist schwierig, ist für den Beckenboden nicht so gut. Auch wenn wir gerne so hochgeschnittene Hosen zum Beispiel tragen, die dann eine schöne Taille machen. Und da muss man sich dann auch mal überlegen, der Druck im Bauchraum steigt, das ist letztendlich nicht so gut für meinen Beckenboden. Und wenn ich dann auch noch viel sitze oder in gebeugter Haltung arbeite, dann habe ich einen doppelt schlechten Effekt auf meinen Beckenboden. Natürlich kann man das machen. Also ich meine, jeder zieht sich auch mal schick an oder trägt solche Hosen vielleicht auch ganz gerne, möchte eine schmale Taille haben. Dann sollte ich eben dafür sorgen, dass ich vielleicht an anderer Stelle Entlastung habe und zu Hause dann möglichst eine weite Hose anziehe oder wirklich mal tief zwischendurch in den Bauchraum atme, Platz lasse, also dass ich einfach einen Ausgleich habe. Ich bin da generell nicht so dogmatisch und würde sagen, mach nie das, mach nie das. Sondern man sollte immer gucken, wie es so passt. Auch da ist wie bei allen Sachen natürlich die Dosis macht das Gift. Natürlich kann man auch mal den Bauch einziehen und in enge Hosen schlüpfen. Aber von Carmen haben wir jetzt gelernt, was wir dann als Gegenpol machen, die 360-Grad-Atmung und natürlich unsere zwei- bis dreimal pro Woche Training. Genau, und bevor jemand Angst hat, noch mal ganz kurz über dich dazwischen, Gretchen, bevor jemand Angst davor hat, er muss jetzt für immer zwei Mal die Woche Beckenbodentraining haben. Wie du auch vorhin schon gesagt hast, es hat ja oft auch so ein verstaubtes Image, von wegen ich trainiere meinen Beckenboden. Also sitze ich jetzt nur da und atme oder was mache ich? Nein, also Beckenbodentraining ist ja super vielfältig und ich kann es ja auch in meine anderen Sporteinheiten einbauen. Zum Teil machen wir schon ganz viele Übungen, die auch gut für den Beckenboden sind oder auch klassische Beckenbodenübungen sind, ohne dass wir es wissen und können das so auch einbauen. Also wenn man zum Beispiel Pilates macht, das ist ja auch schon so, dass man ganz viel Körperkernübungen macht, da ist der Beckenboden dann auch schon dabei. Das Powerhaus anspannt, dann hat man auch schon gutes Training. Ganz genau, also von daher ist das schon bei so vielen Sportarten enthalten. Ich finde es immer wichtig, das Wissen auch aufzubauen. Wie trainiere ich den Beckenboden? Wie spanne ich ihn an? Und wie kann ich ihn in den Sportarten, die ich gerne mache, die ich auch mein Leben lang noch machen möchte, wie kann ich den Beckenboden da optimal integrieren? Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich da Lösungen an die Hand gebe und eben sage, so kannst du das in dein Training einbauen. Du musst jetzt nicht irgendwelche Übungen, die dir vielleicht gar nicht so viel Spaß machen, dein Leben lang immer machen, sondern das Wissen hilft schon ganz viel und eben so gezielte Übungen auch an die Hand zu haben, die man zusätzlich machen kann. Apropos Wissen, da sind wir doch tatsächlich, wir sind fast am Schluss, aber wir können nicht umher zu kommunizieren, dass es von dir natürlich ganz, ganz viel mehr Wissen gibt. Und zwar hast du einen fantastischen Online-Kurs erstellt und ich habe es ein bisschen mitverfolgt. Ich weiß, wie viel Mühe, wie viel Liebe, wie viel Arbeit und wie viel auch Liebe zum Detail in diesem Kurs steckt. Es ist ein Online-Kurs, das heißt, man kann ihn wirklich zu Hause sofort starten, man wird begleitet und ich weiß auch, dass viele gesetzliche Krankenkassen ihn erstatten. Teilweise gibt es Kostenerstattung in Teilen vom Kurs, manche erstatten ihn sogar ganz. Jetzt meine Frage, was beinhaltet denn dieser Kurs so grob genau und welche Zielgruppe darf sich jetzt angesprochen fühlen? Ja, genau, also der Online-Beckenboden-Kurs, das ist so wirklich mein Herzensprojekt gewesen, das hast du ja auch mitbekommen, da ich einen Kurs erstellen wollte, der moderne Übungen beinhaltet, die Spaß machen. Das Training soll abwechslungsreich sein, da sollst du ganz viel Wissen bekommen. Deshalb ist er auch so aufgebaut, dass er mit einer Wissenseinheit startet. Also ich erzähle erst mal, wo ist der Beckenboden, aus was besteht er? Alles auch schön bildlich dargestellt, dass man sich das besser vorstellen kann. Was können erste Anzeichen für eine Schwäche sein? Welche Themen gibt es im Alter? Was kannst du im Alltag berücksichtigen? Also ganz viel Wissen, das vermittelt wird, damit du einfach gut vorbereitet bist für deinen Alltag und dieses Wissen eben auch in deine Sportarten transferieren kannst, damit du dann weißt, da lasse ich vielleicht die eine Bewegung weg, weil ich das schon merke, dass es mir nicht gut tut. Das möchte ich mit dem Wissensteil erreichen. Und dann gibt es in jedem Modul eine Trainingseinheit. Das ist ein umfassendes Workout, geht so um die 40 Minuten. Und da kannst du quasi in Mitmachgeschwindigkeit dir das Trainingsvideo ansehen. Es ist mit Musik hinterlegt. Du kannst da ganz bequem mitmachen vom Handy, Laptop, Fernseher. Egal welches Gerät, du brauchst nur ein internetfähiges Gerät. Du kannst dir das einmal angucken. Und am Ende hast du dann so ein kleines Quiz. Da wird nochmal überprüft, ob du das Wissen, was in dem Modul vermittelt wurde, ob du das richtig abgespeichert hast, einfach mal nur so als Erfolgskontrolle, damit du nochmal die wesentlichen Punkte zusammengefasst hast. Insgesamt gibt es acht Module. Und ich widme mich in jedem Modul einem bestimmten Thema, das wir dann näher besprechen. Und wie du schon gesagt hast, das Ganze wird von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst, zum Teil komplett erstattet. Der Kurs ist als Präventionskurs bei allen gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert. Also sobald man bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, bekommt man mindestens 75 Euro Erstattung bei dem Kurs. Aber wie gesagt, viele übernehmen das ganz. Und ja, genau. Also das ist flexibel durchführbar, sollte man auch in den Alltag integrieren können. Gerade auch im Mama-Alltag. Zur Zielgruppe hattest du gefragt, für wen ist der Kurs? Dadurch, dass es ein Präventionskurs ist, brauchst du keine Voraussetzungen. Also viele fragen immer, brauche ich erst vom Arzt irgendein Rezept oder muss ich irgendwas einreichen? Nein. Also es dient der Prävention. Das heißt, für alle Frauen, mein Kurs ist auf Frauen spezialisiert, für Männer hätte man nochmal ein bisschen andere Übungen eingebaut. Das ist ja anatomisch einfach anders. Ich habe mich jetzt erstmal auf Frauen fokussiert. Also für alle Frauen relevant im Alter ab 18 Jahren ist der Kurs zertifiziert. Also ab 18 und für alle Frauen. Das wäre nämlich auch meine absolute Empfehlung, dass sich jetzt nicht nur Mamas angesprochen fühlen oder junge Frauen, sondern für alle Frauen ist dieser Kurs geeignet. Er ist wirklich nicht teuer. Er ist erschwinglich und wird sogar in Teilen oder ganz von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Da darf man wirklich an dieser Stelle mal Werbung machen und eine dicke Empfehlung aussprechen. Ich werde das verlinken, dass alle auch zu diesem Kurs und auch natürlich zu deinen Seiten finden. Carmen, ich möchte dir ein extra großes Dankeschön aussprechen für deine Zeit, für die ganzen Infos, die du mit uns geteilt hast. Und es ist ein extra großes Dankeschön, weil ich habe es am Anfang ganz kurz anklingen lassen und du auch, die Geburt deines dritten Kindes steht bevor. Und dann ist es nicht selbstverständlich, dass man sich noch die Zeit für ein Interview nimmt und wertvolle Infos mit der Community teilt. Ich möchte dir natürlich alles Gute wünschen und ich mache mir bei dir überhaupt keine Sorgen, denn dein Beckenboden ist topfit. Das heißt, die Geburt und alles, was danach kommt, wird ganz wunderbar verlaufen und wir freuen uns dann natürlich mehr von dir zu hören. Sag doch den ZuhörerInnen noch, wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen und wo erreicht man dich, wo kriegt man Tipps und Tricks von dir? Ja, erstmal auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön. Ich freue mich immer so, über das Thema sprechen zu können, weil meiner Meinung nach da immer noch zu wenig Aufmerksamkeit liegt und zu wenig darüber gesprochen wird. Es soll kein Tabu sein, man soll da wirklich offen drüber sprechen. Von daher vielen Dank für die Plattform. Hat mich riesig gefreut. Und ja, wer mehr Informationen zum Beckenboden haben möchte, der kann auf meiner Website vorbeischauen, carmenhesselmann.de und auf meinem Instagram-Profil, da teile ich auch sehr gerne ganz kleine Tipps, die du gut in den Alltag integrieren kannst, die einfach umzusetzen sind oder auch wissen, was ich da schnell vermittle. Also guck da gerne mal rein. Ich teile auch immer ein bisschen was aus meinem Alltag, wie ich das so integriere. Genau, auf YouTube habe ich ein paar Workouts, die kann man auch ausprobieren, wenn man eben sagt, man möchte erstmal schauen und weiß gar nicht, ob der Kurs was für einen wäre, ob die Art der Videos was für einen wäre, dann kann man da gerne mal reingucken. Und ich habe auch ein kostenloses Produkt auf der Webseite, eine Fünf-Tage-Beckenboden-Challenge. Da kann man auch erstmal gucken und reinschnuppern und fünf Tage lang was für seinen Beckenboden machen. Jeden Tag eine Übung. Und ja, mit ganz wenig Zeitaufwand, fünf Minuten am Tag erstmal sich an das Thema herantasten. Also das wäre ein guter Einstieg auf jeden Fall. Dann empfehlen wir an dieser Stelle natürlich mindestens die Fünf-Tages-Challenge und natürlich alle sozialen Medien ja von dir anzuschauen. Ganz lieben Dank, Carmen und allen ZuhörerInnen. Einfach ganz viel Spaß mit der ersten Folge, mit dieser Folge und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Das nächste Mal habe ich einen tollen Gast. Und zwar ist es ein sehr bekannter Speaker im Gesundheitsbereich, Frederik Letzner. Und zwar ist es ein sehr blessedes Gefühl, ün